So, meine lieben Freunde, ich bin wieder da, zu einem neuen Part. Wir wurden hier schön entdeckt die ganze Zeit. Ich mach mal auch gleich weiter damit. So. Ich hab ein paar Aggressionen gerade. Dann gehen wir mal hier rüber. Ob wir es schaffen. Ja. Oh Gott. Geh rein und ich hau ab. Tschüss. Na, so weit könnt ihr nicht gucken, ne? So, noch ein paar Sekunden warten. Weil ich hab gesehen, da sind ein paar aus der Tür rausgekommen. Und einer mit einer Laterne. Jetzt quatschen die. Ich hab den extra ausgeschaltet, damit die nicht quatschen. Jetzt ist der andere da. Na, was guckt ihr so schönes? Oh nein, nein, nein. Oh Mann. Ganz runter, ganz runter, ganz runter. Dann siehst du mich nicht. Dann siehst du mich nicht. Dann siehst du mich nicht. Oh, fuck you. Nein, 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 nein. 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 Oh, du Bastard. Okay. Okay. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Du mieses Arschloch. Und du? Du hast die Aufschläge, ja? Und du? Oh, fuck you. Immer der Letzte. Wirklich, immer der Letzte tötet mich. Oh, Gott. Ach, sie kam doch auf die Stangen. Das hat mir keiner gesagt. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hier... Jetzt das kaputt machen. Dann gehen wir hier rüber. Oh, diese Schweine da drüben, ey. Die kriegen auch nur ihr Fett weg. Das regt mich so auf. Natürlich ist da einer, na klar. Dann gehen wir hier. Ja, ich komme und die machen es zu, oder? Schwere Amrus-Schütze nach. Okay, es gibt auch noch mehrere Stufen. Na toll. Nein. 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 Du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich auch nicht gesehen. Hört auf, wie so eine Blühen zu erzählen. So, wie komme ich jetzt zu denen da oben? Da können wir noch was einsammeln. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Jetzt, ernsthaft. Hier sind so viele Wege. Ich habe mich schon wieder total verlaufen. Wie komme ich an den Rahmen? Wahrscheinlich muss ich einen anderen Weg nehmen. Da drüben vielleicht. Da muss ich nochmal rüber. Ja, dreh dich um. Versuchen wir es mal hier lang. Ist auch cool, dass wir so eine Perspektive haben. So von gerade ist zu sehen. Ähm. Ja. Hat sie jetzt was gebracht? Kann sie mich hier auf diese Stange? Doch. Ich dachte schon. Dann mussten wir hier rüber und dann hoch. Und ich sehe gar nichts. Hallo? Ja, toll. Immer wenn ich komme, ma? Dann kommen andere. Oh, die hat! Ach man. Ich vergesse immer. Ich habe so wenig Leben. Ich bin verzweifelt. Wann kriegt man denn mehr Leben, bitte? Ein Balken würde doch noch... Würde doch nicht schaden, oder? Ach, da hast du mich schon gesehen. Ich glaube es echt nicht. Irgendwann kommt die Wut und dann... Oh, ich bin arm, okay. Ihr Schweine. Das ist wirklich nicht mein Level, glaube ich. Warum trifft der mich denn? Ich wäre... Ich wäre doch aus. Ich rede sogar schon scheiße. Ich wäre aus. Ich weiche aus, meine ich. Der bringt mich so durcheinander. Oh, Mann. Was habt ihr denn gegen mich? Naja, man kann nicht immer gut sein, wa? Meine Ausrede jetzt. Oh, Mann. Und dann stellt sich raus, dass es nicht mehr der Weg ist. Dann geht's ab. Warum habt ihr mich denn gesehen? Wollt ihr mich verarschen? Oh, nicht du schon wieder. Ich habe Angst vor dir. Nein, 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 nein. Warum? Warum tötest du mich? Wieso kriege ich den nicht klein? Ich verstehe es nicht. Wie oft habe ich jetzt verkackt? Fünf, sechs mal oder so. Kleine Ablenkung, ja, das ist klar. Die sehen ich ja vorher schon. So, bleib mal jetzt ganz ruhig hier, ja? Ach, das weichst du auch noch aus, ja? Was bist du denn für einer? Deine Schnauze, Mann. Ich will dich nicht mehr. Geh, geh sterben. Ach, warum weichst du aus? Ich glaub's nicht. Jetzt werde ich mal unfänglich. Verrecke, verrecke auf dem Boden, Mann. Ich freu mich, dass du tot bist. Oh mein Gott, das gibt's doch echt nicht. Für was bin ich jetzt hier? Ach, Mensch. Ach, jetzt können wir die rücken. Okay. Na, ist klar. Können wir die wieder runter machen? Ach komm, ich mach mal wieder runter. Bitte. Kriegt man die nicht mehr runter? Weil es blinkt, ne? Oh, da vorne ist ja noch mein Freund hier. Ist da ein schwerer Scharfschütze oder so? Oh, das ärgert mich ein bisschen. Kann man das nicht mehr runter machen? Scheiße. Wurfstern hab ich nicht mehr. Könnte ich ja ausprobieren, aber so. Hm. Wenn ich jetzt den rechts kille, dann sieht der links mich. Und dann, ja. Hm. So, leckt mich. Tschüss. Meine Fresse. Fünf Stunden jetzt nur für den einen da verbracht, der mich die ganze Zeit abgemurkst hat. Oh Gott. Mhm. Okay. Ich wollte eigentlich sehen, wo sieht man denn die Tode hier? Sieht man da? Oh, danke. Bitte. Verbesserte Gesundheit. Ich kenn mich, ich sterbe trotzdem, aber trotzdem. Immerhin. Ein Balken mehr. Das freut mich. You, da jung. Der ist in der Festung und den müssen wir jetzt suchen. Aber wir müssen erst mal da reinkommen. Joa. Die Soundkulisse gefällt mir auch sehr gut. Ich mag so ne Musik. Also, diese Soundtracks. Oh, wie quatsch ich wieder. RB. Oh yeah. Das ist cool. Das merke ich mir niemals. Niemals merke ich mir die ganzen Knöpfe. Sklaven? Ihr Schweine. Spider-Woman. Spider-Woman. Soll ich's riskieren? Soll ich's riskieren? Soll ich's nicht riskieren? Nicht riskieren? Nicht riskieren? Okay, ich riskier's nicht. Wo stecken die? Hast du mehrere gesehen, oder? Mann. Oh, ich dachte du gehst. Mann, du Arsch. Wir sterben. Jetzt kann ich hier wieder hochklettern, oder? Nein, du guckst hier nicht rein. Was geht denn mit dir ab? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht schon wieder. Haha. Okay, ich lache. Ich lach noch nicht. Stirb, stirb, stirb. Nein, ich will nicht sterben. Du sollst sterben. Ja. Gott, ich freue mich. Der letzte hat mich nicht umgebracht. Ach Gott, das ist ja echt. Manchmal verzweifelt ich hier. Ich stell mich manchmal sehr dumm an. Oh, jetzt haben die mich schon wieder gesehen. Wer ist denn da unten? Sieht aus wie so ein Informant, der irgendwie auf jemanden wartet. Oh Mann, warum seht ihr mich denn? Haut jetzt ab. Drei Stück. Ein so'n kleinen Steg hier. Ja. Ja, halt mal offen. Möchtest du auch kommen, oder? Wie kommt man denn zu denen runter? Wahrscheinlich gibt's einen anderen Weg. Wenn man von da... Naja, okay, ich muss hier lang. Scheiße. Irgendwie. Ja, der hängt in der Luft fest. Schön für ihn. Ich mach mal ein bisschen langsam, damit ihr es lesen könnt. Also, wenn ihr Pause drückt. So. Ich höre schon... Oh Mann, was machst du denn? Ich wollte mich hier hinter verstecken. Ich höre schon Hunde, wollte ich gerade sagen. Irgendwie bellen hier welche rum. Kann ich auch. Wollte ich... Mann, lass mich doch auch. Die wollen mich nicht spielen lassen, Mann. Finde ich jetzt echt blöd. Mann, ich hasse euch. Wie sind denn da drei Stück? Ich möchte nichts entkommen lassen. Komm her. Ich sterb sowieso. Also was soll's. Noch nicht. Aber hier sind noch mehr. Da oben. Eine ganze Horde. Da will ich noch nicht hoch. Ich möchte eigentlich hier hoch. Gibt's da irgendwas Interessantes, oder? Nicht. Dann riskier ich's auch nicht. Wird eigentlich die Wände bemalt. Immer auch diese roten Stellen. Extra für uns, damit wir wissen, wo wir hin müssen. So, runter hier. So, runter hier. Keiner mit einer Laterne, dann ist gut. Gott. Hat so schön noch nach unten geguckt. Und siehe da, da ist was Schönes für uns. Schriftrolle 6 So viel zum Lesen So Und was ist hier? Shaojuns Erinnerung Teil 3 So Lärmpfeile Verstärkungsgebiet Das freut uns doch Was ist das, ein Windspiel? Das macht bestimmt Krach Ich probier's mal aus Oh Ja Aber das kann man leicht umgehen Außer wie ich Ich verkack's bestimmt Selbst das leichteste verkack ich Okay Und bevor ich jetzt hier weitermache Mache ich einen kleinen Cut Und bis zum nächsten Part Tschüss Ich habe es nicht mehr Ich weiß es nicht mehr Ich habe es nicht mehr Das ist ein bisschen die